Im Elden Ring DLC gibt es richtig geile Talismanne, man kann deutlich mehr Schaden rausholen oder auch die Bosse leichter besiegen. Welche Talismanne sich lohnen zu holen, zeige ich euch in diesem Video. Servus Befleckte, willkommen zum nächsten Video. Heute dreht sich alles um die besten Talismanne im DLC und da kann man wirklich extrem geile finden. Einerseits kommt man dadurch leichter durch Bossfights durch und andererseits kann man auch nochmal seinen Schaden erhöhen und die möchte ich euch in diesem Video zeigen. Außerdem kommen auch in den nächsten Tagen Bildvideos zu verschiedenen Waffen raus, die wirklich cool sind, aber der Bild ist optimiert auf Level 170. Ich logge mich da auf einen separaten Charakter ein, um das euch besser zu zeigen, weil das Feedback vom gestrigen Video habe ich auf jeden Fall gemerkt. Den ersten Talismann, den ich euch zeigen möchte, ist der gesegnete blaue Tau-Talismann. Der regeneriert nämlich langsam FP und das kann echt in Fights richtig nützlich sein. Und zwar, wenn ich jetzt hier einen Spezialangriff mache mit meinem Talent, seht ihr oben links, dass sich eben der Balken langsam wieder auflädt. Und so muss man natürlich deutlich weniger Flaschen trinken, weil es sich immer wieder ein Stück eben auffüllt. Finde ich echt eine nützliche Sache. Wo bekommt ihr diesen Talismann her? Und zwar ganz am Anfang im ersten Gebiet und zwar hier an der Kirche der Segnung. Wie kommt ihr dorthin? Wenn ihr euch an dieser Gnade befindet, könnt ihr durch den Tunnel durchreiten, dann hier am Abgrund entlang zu dieser Gnade und reitet an meine Position hin. Kann man einfach durchreiten und von hier aus zeige ich, wer weiter an die Kirche kommt. An diesem großen Schaf einfach dran vorbei Richtung des kleinen Berges und dann haltet euch ganz rechts, wo die Ratten sind, denn dort geht der Weg dann entlang zum Talismann. An einer Stelle kommt sogar noch ein ekliger Gegner. Kann man natürlich ignorieren. Ist normalerweise auf der rechten Seite. Ich bin einmal kurz vorgeritten. Da war er auch. Da ist der Kollege, der ist nämlich richtig eklig von seinem Movement Set. Und dann geht ihr hier in die Kirche rein und genau hier könnt ihr den Talismann aufnehmen. Und wenn ihr noch ein bisschen weiter reitet, wenn ich mich noch richtig erinnere, gibt es hier sogar ein Rüstungsset. Den zweiten Talismann, den ich euch zeigen möchte, ist die Klinge der Gnade. Und das ist ein richtig geiler Talismann fürs DLC. Erhöht die Angriffskraft nach einem kritischen Treffer, wenn wir eben einen Gegner abgestochen haben. Und das schafft man immer wieder im DLC, weil gerade immer wieder diese kleinen Gegner hier rumsitzen sehr oft im Spiel oder laufen rum. Die kann man immer leicht abstechen und hat dann für 20 Sekunden 20 Prozent mehr Schaden. Und das macht einfach einen ordentlichen Unterschied. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier diesen Gegner. 3-4 habe ich vom Schaden gemacht. Ich gehe jetzt hier kurz hin, steche diesen Kollegen von hinten ab. Ihr seht, der Buff ist aktiv. Mein Charakter leuchtet rot, hat so einen roten Glorum. Und wenn ich jetzt zum nächsten Gegner gehe, der im Endeffekt derselbe ist, der hier, und schieße dort drauf, macht das Ganze, wenn man natürlich bestmöglich trifft, sieht man 3-5-5-9. Also das war jetzt auf jeden Fall schon ein ordentlicher Buff und kann ich nur empfehlen zu spielen. Gerade in Bereichen, wo halt viele von diesen schwarzen Gegnern immer wieder sitzen, die man super easy abstechen kann. Wo befindet sich der Talisman? Und zwar mittig im ersten Gebiet hier bei dieser Ruine. Und wie man dort eben hinkommt, das zeige ich euch jetzt. Wir reiten mittig in die Ruine rein, halten uns dann auf der linken Seite und können dann hier hinten die Treppe hochnehmen. In ersten Stock, dann geht es raus auf den Balkon und ins nächste Gebäude an den Gegnern vorbei. Durch die Türe durch und dann über das Dach auf die andere Seite. Und jetzt befinden wir uns auch schon ganz oben. Und hier auf der linken Seite gibt es dann eine Türe, die kann geöffnet werden. Und wenn die Türe offen ist, dann erscheint eine Schatztruhe oder eine Kiste. Und wenn man die öffnet, dann hat man den Talisman. Talisman Nummer 3, den ich euch zeigen möchte, ist die Kreuzzug-Insigne. Und die ist auch extrem geil. Erhöht die Angriffskraft nach dem Sieg über einen Gegner. Ihr habt nach einem Gegner-Kill sozusagen 15% mehr Schaden für 20 Sekunden. Gegen Bosse, wo natürlich nur ein Boss da ist, ist das Ganze natürlich jetzt nicht sinnvoll. Aber primär seid ihr natürlich bei sehr vielen Gegnern unterwegs im Spiel. Und sobald ihr eben einen Gegner tötet, seht ihr, habe ich diesen Buff 15% mehr Schaden. Und macht dann eben am nächsten Gegner nochmal mehr Schaden an. Das kann man im Endeffekt nicht sagen. Aber das Ding ist auf jeden Fall auch richtig cool, gerade jetzt hier in so einer Horde, da immer 15% mehr Schaden rauszuholen. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und finde ich auch einen Top-Talisman im DLC. Wo bekommt ihr den Talisman her? Und zwar hier an dieser Position, an der Kirche des Kreuzzuges. Und zwar müsst ihr hier einen Invader ausschalten. Es kann aber auch sein, dass man den Invader noch an einer anderen Stelle trifft. Das kann ich euch gleich zeigen. Bei mir sollte er normalerweise jetzt hier an dieser Stelle spawnen, wenn ich mich jetzt hier noch ein bisschen weiter in den Bereich rein bewege. Da ist er auch schon aufgetaucht. Ich bin komplett ge-bufft. Und den gilt es dann eben zum Ausschalten. Mal schauen, ob ich ihn direkt kriege. Nein, aber vielleicht, wenn er sich jetzt hier nicht zum Ausweichen bereit macht. Perfekt ist er auch schon tot. Und der droppt den Talisman. Da sieht man das Ganze. Er kann aber auch an anderer Stelle sein. Und zwar ist es möglich, dass er sich hier in der Burg befindet. Und zwar in der Nähe von dieser Gnade. Und zwar dann hier in diesem Raum. Es kommt darauf an, glaube ich, wie weit er im Spiel voranschreitet. Ich habe ihn das allererste Mal hier gesehen. Habe ihn aber beim zweiten Durchlauf ignoriert. Und dann war er bei mir etwas weiter oben. Nummer 4 ist jetzt der segelnde Durchschuss-Talisman. Und der ist für alle Bogenspieler, aber auch Armbrustschützen. Erhöht die effektive Reichweite von Bögen. Und erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen. Man bekommt hier on top noch mehr Schaden. Der vorherige im Grundspiel hat eben nur die Reichweite erhöht. Und hier gibt es noch einen Schadensboost. Und das wird von allen Spielern mittlerweile verwendet, die gerne mit dem Bogen unterwegs sind. Wo bekommt ihr diesen Talisman her? Und zwar von dieser Gnade zeige ich es euch. Ist im Endeffekt ungefähr hier an dieser Position. Die Gnade könnt ihr freischalten, einfach wenn ihr im Endeffekt von dieser Gnade hier rüber reitet. Das funktioniert einwandfrei. Und wenn ihr euch dann hier an dieser Stelle befindet, müssen wir an einer Seite runter springen. Und zwar seht ihr hier das Ganze. Zack. Einmal weiter. Bis man im Endeffekt ganz unten ankommt. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr nicht zu weit springt. Sonst sterbt ihr natürlich. So. Automatisch wird vom Pferd abgestiegen. Ich springe jetzt hier weiter runter. Ignoriere auch jeden Gegner. Versuche hier ohne Schaden durchzukommen. Hat wunderbar funktioniert. Durch den ersten Turm durch. Dann auf der Brücke halten. Links weiter durchmarschieren. Und diesen großen Gegner auf der rechten Seite könnt ihr da auch ignorieren. Man hüpft hier dann einfach runter an der Stelle. Zack. Und dann geht es hinten an der Burg hoch per Leiter. Oben angekommen. Dann schnappt ihr euch gleich die nächste Leiter. Und wenn ihr die erklommen habt, dann seid ihr ganz oben im Burgturm. Und ihr seht, dort hinten befindet sich eine Kiste. Und wenn ihr die öffnet, dann habt ihr den Talisman. Talisman Nummer 5 ist jetzt der zweiköpfige Schildkröten-Talisman. Und der ist für das DLC auch richtig geil. Erhöht die Ausdauer-Regeneration deutlich. Und das brauchen wir natürlich zum Ausweichen. Es kommen viele Angriffe in kurzer Zeit bei den ganzen Bossen auf uns zu. Wir müssen einfach viel im Spiel ausweichen. Und wenn dann eben die Ausdauer, ihr seht das, wenn man da mal ein paar Rollen gemacht hat. Und zack, sie ist direkt wieder voll. Das ist auf jeden Fall super nützlich für die ganzen Boss-Fights und ein extrem starker Talisman. Wie kommt ihr an ihn ran? Und zwar hier an folgender Position funktioniert das Ganze. Falls ihr jetzt hier noch nicht wart, könnt ihr im Endeffekt von der Gnade rüber reiten. Auch die aktivieren und hier an der Burgmauer entlang, dann seid ihr an der gleichen Position. Und hier geht es ein gutes Stück nach unten. Passt auf, dass ihr nicht zu hoch springt. Ihr müsst jetzt circa zwei Minuten reiten. Und ihr braucht für diesen Talisman keinen Gegner töten. Nur der Weg dauert auf jeden Fall ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hoch. Hat wunderbar gepasst. Unten ist auch eine fette Krabbe. Kann ignoriert werden. Seht ihr bei mir schon. Auch die Fledermäuse können ignoriert werden. Es geht einfach dran vorbei. Und wenn ihr unten diese Blume seht, hinten die pinke, dann geht ihr in diese Richtung. Denn dort gibt es einen Höhleneingang. Der eine oder andere kennt vielleicht schon den Weg. Dort ist man ja auch hingeritten, um die untere Karte freizuschalten. Haltet euch an dieser Stelle links. Beim rechten Weg bin ich nie weitergekommen. Da ist das Pferd immer stecken geblieben. Und dann geht es weiter in die Höhle rein. Und statt die zweite Karte eben freizuschalten, statt links gehen wir gleich rechts. Hier gibt es übrigens noch eine Upgrade für die Geisterasche. und eben auch eine Gnade an der Stelle, die ihr gerne aktivieren könnt. Und hier gehen wir in den offenen Bereich rein und halten uns eben rechts. Und jetzt heißt es im Endeffekt hier komplett durchreiten bis ganz nach hinten. Auf dem Weg gibt es auf jeden Fall noch die ein oder andere Überraschung, wie hier zum Beispiel. Passt auf, dass ihr nicht hier durch die Mitte reitet. Sonst kann sein, dass ihr eventuell drauf geht. Ansonsten wartet aber keine Überraschung mehr auf dem Weg. Ich habe es jetzt fast geschafft. Ignorier hier noch die fette Krabbe. Und ihr seht, der Marker war wirklich perfekt gesetzt. Und zwar hinter dem Wasserfall ist eben nochmal ein Bereich. Und man kann dann eben hier den Talisman aufnehmen. Talisman Nummer 6 ist jetzt hier für die Pros unter uns. Frohlocken des älteren Wahnsinn in der Nähe erhöht die Angriffskraft. So kann man auch nochmal mehr Schaden rausholen. Einige spielen ja auch mit dem Geheul. Und der Buff gibt euch ja selber schon mal 25% mehr Schaden. Ihr bekommt aber auch 30% mehr Schaden ab für 40 Sekunden. Und dann eben mit dem Talisman holt man eben auch nochmal mehr Schaden raus. Ist auch eine coole Sache. Kann man gerne einfach mal benutzen. Wie kommt ihr jetzt an den Talisman ran? Der ist wirklich richtig gut versteckt. Und man braucht auch länger, bis man dort an die Position hinkommt. Ich zeige es euch jetzt hier von dieser Burg. Wenn ihr euch bei dieser Gnade hier befindet, Platz am Haupttor, müssen wir hier im Endeffekt durch. Komplett einmal hier runter und hier in den Abgrundwald. Und das geht folgendermaßen. Ich stehe jetzt hier an der Seite, habe den Shortcut geöffnet. Falls ihr den Shortcut nicht habt, müsst ihr von der anderen Seite kommen. Ihr werdet es auch gleich sehen. Wenn ihr schon mal hier in dieser Burg unterwegs wart, kommt auf jeden Fall euch dieser Ort bekannt vor. Hier geht es eben weiter in diese Burg rein, geradeaus. Von links kommt man mit dem großen Umweg. Und wir laufen dann einfach hier rechts weiter. Und dort, hoppla, können wir eine Leiter runterrutschen. Der Weg ist richtig gut versteckt in das Gebiet. Zack, hier geht es dann im Endeffekt runter. Einmal um die Ecke, hinter dem Wasserfall durch und hier die Leiter runter. Wichtig, nicht runterfallen lassen. Das Ding ist richtig tief und ihr werdet auf jeden Fall safe sterben. Zack, unten angekommen. Geht es hier in diese Richtung. Ihr müsst rechts, glaube ich, eine Wand kaputt schlagen, dass das Ganze erscheint. Und dann geht es weiter runter. Und auf der linken Seite ist ein Sarg. Und wenn ihr in diesen Sarg einsteigt, dann kommt ihr hier unten raus. Und dann könnt ihr hier komplett durchlaufen. Hier entlang runter auf die andere Seite hüpfen. Hier unten entlang die Gnade aktivieren. Die Steine runter oder eher gesagt die Grabsteine. Und dann seid ihr hier unten und könnt eben dann hier auch nochmal runterhüpfen. Und kommt dann eben unten zu dieser Höhle. Und wenn ihr dort reingeht und euch komplett durcharbeitet, kommt ihr eben hier unten dann raus. Und dann lauft ihr einfach zu dieser Gnade. Wichtig, nehmt eine Waffe in die Hand, wo ihr kontern könnt. Ich habe das Ganze jetzt hier mit dem Schild gemacht. Wenn ich die LT oder L2-Taste drücke, kann ich eben zu einem Konter ansetzen. Und das müssen wir beim Gegner machen, um ihm Schaden zuzufügen. Hier ist der Baum, der große erste weiße. Dort halten wir uns dann einfach links zum nächsten weißen Baum. Ihr seht auch, die Marker sind nicht schlecht gesetzt und führen uns hier voran. Das Pferd kann man leider in dieser Region nicht verwenden. So ist man auf jeden Fall ein bisschen langsamer unterwegs. Jetzt bin ich auch schon beim zweiten Marker angekommen. Wir halten uns weiter links Richtung dem dritten Marker. Und dort wartet dann der Gegner auf euch. Ich habe den selber bei mir jetzt hier schon getötet gehabt. Und bei mir werdet ihr ihn jetzt hier nicht sehen. Aber er befindet sich hier in diesem Bereich unten. Und ihr seht jetzt hier auch Gameplay eingeblendet, wie ich ihn besieg. Wichtig ist eben, wenn er diesen einen Angriff macht, muss man eben dann kontern. Und dann kann man ihn entweder abstechen oder mehrmals draufschlagen. Er stirbt dann relativ schnell. Falls ihr noch einen Talisman entdeckt habt, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Und der jetzt hier nicht im Video vorgekommen ist, schreibt ihn unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Ansonsten wünsche ich euch immer ganz viel Spaß beim Zocken. Mehr Videos werden in den nächsten Tagen rauskommen. Zu den besten Waffen allgemein nochmal ein paar Builds und mehr. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch immer ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.